Achso, oh, das Event startet ja jetzt schon. Huch! Achso, ich kann in den Monte-Channel gehen, okay. Aber warum sollen wir, das ist ja ein Solo-Event, richtig? Warum sollen wir dann, man kann ja trotzdem zusammen chillen dann. So, jo! Ah, jetzt höre ich wieder hier niemanden, Moment. Ah, ja. Marcel, du bist lost. Warum? Bruder, ist nicht dein Channel hier. Ach was, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nicht mein Channel ist, Digga. Wieso bist du hier bei dem Event dabei, Digga? Was habe ich denn jetzt verpasst? Weil ich einfach der Relevanzte bin. Ja, ich bin schon gesehen, Digga. Ich werde dir wirklich dieses Turnier gewinnen. So, ich gehe nach oben, ja, wahrscheinlich, Digga. Wirklich? Wie siehst du heute deine Chancen beim Vollgas-Turnier? Digga, sind schon einige Öler dabei, ne? Ja. Also, Bruder, mitmachen ist alles. Also, wie sind die Regeln? Top 10 ist ein Punkt und Finale, wenn man, ne, Finale ist drei Punkte und Gewinnen ist, ne, ich weiß nicht. Ja, nein, danke nochmal für die Erklärung. Das ist ganz einfach eigentlich. Also, ich bin tolle Jungs. So, kann mir jemand erklären, wie viele Punkte es gibt? Für was? Ich verstehe ich auch nicht. Erster Kick fünf Punkten, ne, drei, wenn du gewinnst, kriegst du drei Punkte, wenn du, ne, oder? Wie waren das? Und Top 10 oder Finale? Wenn du gewinnst, kriegst du drei Punkte, das weiß ich, und Finale ein Punkt. Irgendwie so. Okay. Irgendwas ist auch weniger vom Finale als vom Gewinn. Ja, ja. Ne, Top 10 ist ein Punkt und Win sind drei Punkte. Okay. Extra drauf. So, let's go. Oh, ich starte ganz hinten. Na klar, Bruder. Ey, das ist kein Abschwanz, das könnt ihr durchgeben. Ich komme nicht lang, Mann. Ih, Sascha ist auch da. Ne, mir. Hey, Jungs, ich bin raus. Ja, okay, Eli. Was ist das für eine Mentalität plötzlich? Nein, Eli, ich bin hinter dir. Nein. Nein. Egal, hör auf zu drängen, Mann. Warum bin ich hier angespannt wie ein Bastard? Ich auch, wenn ich das Schlechteste sei. Kennt ihr das, ich hatte das zum ersten Mal mit den Jungs und jetzt willst du denen auch zeigen, dass du gut bist. Ich bin voll verschwitzt, ne? Ja. Du darfst bestimmt gar nicht runterfallen und so. Nein. Hallo, steht doch mal auf, Mann. Ich bin runtergefallen, ich bin raus. Oh Gott, nein. Mich hat's erwischt, Jungs. Ich bin Walter. Viel Glück. Viel Glück. Komm, mein lieben Freunde. Boah, Mann. Die ersten werden bestimmt so schwer. Wer ist raus? 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 Ich bin raus. Hey, Digga, ich war sogar gar nicht so scheiße. Oh. Oh, okay. Oh ja, guter Spawn für mich. Ist noch drin. Ich bin erste Reihe. Aber warum starten wir so versetzt? Oh. Ist dieselbe Strecke, Bro, damit nicht so viele auf einer Seite sind. Ja? Mann, aber hier ist man so krass auf die anderen angewiesen. Sorry, dass du das Spiel mit der Grundnaste hast, ey. Ich geb dir auch noch Tricks. Aber ich bin gut dabei. Wie sieht man euch aus? Ach, du bist vor mir genau, Willi. Wie bitte? Du bist genau vor mir, Willi. Ja? Gut. Rechtsrum oder linksrum? Was willst du? Lass rechts. Keine Ahnung. Oder die Anspannung. Bitte, bitte, bitte. Okay. Anspannung. Das ist real legal. Okay. Gefahr, ich bin hinter dir. Gut. Wir haben's. Komm her. Eine Kolonne, eine Kolonne. Bis jetzt relativ clean. Ich geh rechts. Ich mach dir einfach mal. Ich geh auf die Bouncer. Ich nicht. Bouncer. Baby, Bouncer. Habt ihr das gesehen? Ich hab's gesehen. Ich guck dir raus. Hast du das gesehen? Ja, ja, ja. Ich hab's gesehen. Oh, diese Anspannung. Wow. Nein. Ich glaub, ich schaff's. Weil ich das richtige Mindset habe. Hat eigentlich mir runtergefallen. Wichtig. Komm rein, komm rein. Vamos. Ja. Wichtig. Oh, oh. Geiler. Ohne Fehler. Oh. Ohne Fehler. Oh. Ich hab ein Fehler. Ich hab nicht ein Fehler gemacht, ne. Ich bin nicht einmal runtergefallen. Ich hab's runtergefallen. Ich bin als 19. da durchgekommen. Leute, da sind ja zwei Grüne. Drei. 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 Aber die Platten fallen nicht runter. Und kommt Obst? Ja, ja. Obst genug. Oh, kommt Obst. Oh, das ist scheiße, Digga. Mann, die Leute verstehen's nicht. Guck mal. Oh, Treffer. Ich auch. Ich bin so ein Mitglied. Also ich muss sagen, ich hab die Namen ausgeschätzt. Ist mir zu unübersichtlich. Hey, Monty, wie siehst du aus in Game? Pirat. Auch mal ins Rote mehr, ne? Nee. So ist es ja gar nicht. Ein ist draußen. Ich auch. Ich auch, Geis. Bitte helft mir einer. Ich bin raus. Sascha ist raus. Bei mir ist auch. Okay. Ich hab so Stress gerade. Ich werd ohmächtig. Ich auch. Bei mir leckt das. Ich bin auch raus. Nein. Bei mir leckt das. Viel zu viel Stress gerade. Ich kann damit nicht arbeiten. Bitte. Ich bin so am schätzen. Hilfe. Hier sind gerade viele raus. 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 Dann bist du raus. Zehn Leute. Zehn Leute sind draußen. Oh, cool. Ein Spiel noch, dann ist Finale, Jungs. Ein Spiel noch, dann ist Finale. Ey, wie viele Runden spielen wir denn überhaupt? Ich glaub sieben hab ich im Chat geräsen. Oh, Handtuch. Oh, Mann. Oh nein. Ich werd so Stress haben. Das Spiel ist wirklich spannend, Digga. Okay. Mal gucken, wer Eier hat. War Bug. Ja, ich hab's ja gesehen. Anderfi. Sometimes gut, sometimes bad. Ach Digga, das merkt mich, dass ich euch jetzt zuschauen muss. Ja, Mann. Wie uncool. Mach mal hier. 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 Wer ist denn das da? Vlesk? Der eine ist ja wirklich Trap, Digga. Na, er hat Dings gemacht. Hammer. War am Anfang Hammer? Ja, ja. In den Ecken. Eli, wie eine Einheit. Das wär ich nicht schaffen, Digga. Es wird knapp. Es wird so knapp. Alle gleichzeitig. Oh, warte, warte. Ich glaub, Eli ist... Doch, doch, doch. Das wär ich schaffen. Er hat mich festgehalten. Jaaaaaaah. Im Finale. Tommy hat mich festgehalten, Monte. Das ist doch nicht mir doch scheißegal, Digga. Der gehört nicht zu meiner Familie. Nein. Sag dem Wichser, der soll mich nicht anfassen. Hat Tommy die wirklich festgehalten? Tommy, der Weele, da oben. Guck ihn dir an. Tommy, das ist mein Blut. Festgehalten. Festgehalten. Hör auf abzufangen, du Wichser. Sonst komm ich nach Bremen und hau dir eins aufs Maul. Ruhig jetzt. Digger. Ich glaub, es geht keiner raus und ich werd so die... Einer ist draußen. Tommy der Weele. Tommy. Digger, sein Mikrofon. Ich raste gleich aus. Ich fahr da in der Bremen, Digga. Ich hör dein Mikro, Tommy, dein Mikro, knallst du rein, ne? Mein Mikrofon ist so gut eigentlich, ne? Digger, tote Menschen reden, ich schnauze jetzt. Ich hab richtig Spaß gemacht. Ich hab richtig Spaß gemacht. Digga, was war das für ne krasse Wassermelone? Ich bin ein bisschen gegen die gelaufen. Es war so klar, ich schwöre. Es war so klar. Es war... guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Hoffentlich geht Mr. Finger in Po Mexiko. Ruhig, ruhig, ruhig. Ey, ich hab's gefühlt... Mounted the Kid! Ich hab's gefühlt, Kamo ist ein Schwitzer. Kamo ist überall ein Schwitzer. Mhm. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Spend! Ey, Warte, nur noch ich und Monto, oder? Ja. Erst trinken! Oh mein, er muss es aus dem Discord machen! Micky auch! Micky, Kamo! Ich bin auch rausgeflogen. Hast du, Micky ist noch drin? Micky ist auch noch! Ja. Micky schwitzt um seine Ehre, Digga. Aber ein Wort. Mal mitschreiben. Jungs, summe aber... Ey, Jungs, für die Leute, die jetzt im Finale sind, nicht die ganze Zeit rein, ihr wisst... Ja, okay. Ja, safe, safe. Och, nee, Digga. Das ist doch kein... Das ist doch... Wieso ist das nicht... Das ist ja kein Finale. Lauf nur Rotterdam! Digga, warum spielen wir denn so viele Spiele, Digga? Das ist hart. Hä, wie dumm. Aber ihr habt alle schon mal einen Punkt wegen Top 10. Ist Top 10 oder Finale der Punkt? Ist Top 10 oder Finale der Punkt? Das ist doch eine gute Frage, Digga. Ich mach jetzt hier nicht den Move, Digga. Ich sag, du kannst laufen, Monte. Jetzt kannst du safe laufen. Ja, dann mach doch, wenn der Weg safe ist. Ich bin tot. Ist doch sowieso zum Start. Ihr könnt doch probieren. Nein, nein, nein. Ist nicht mehr schlimm. Ja. Micky hat die Balls gehabt. Der war schon... Revealed. Es muss weitergehen. Noch zwei. Noch einen. Top 10 ist ein Punkt. Final ist ein Punkt. Mindestens noch einen. Ja, ja. So, jetzt. Rechts geht nicht. Rechts geht nicht. Noch einen und dann rechts ist vielleicht. Noch einen und dann rechts vielleicht. Ne, der hat gewackelt, Digga. Ah, okay. Links und rechts gehen, glaube ich, beide. Oh, vielleicht trau ich nicht. Digga, Sinne, halt einmal! Ich war gut gerade. Wenn ich... Okay, bin ich leise. Eins gegen eins? Finale? Nein, oder? Kann sowas sein. Meinst du? Wie lange geht denn dann so eine Runde? Ich hab mal von... Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Aber jetzt bei... Bei fünf könnte... Ist für mich Finale schon lange. Noch ein weiter. Jetzt haben wir Stress. Ist ja egal. Ich hab so Stress in meinem Kopf. Ich kann mit so Druck gar nicht arbeiten. Ich auch nicht, Digga. Oh mein Gott. 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 Jetzt müsste eigentlich schnell sein. Ja, das muss links sein. Links, aber welcher Weg? Ich sag links. Noch mal eins. Noch mal eins. Ja, aber welcher Weg? Warte, 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 warte. Und ganz nichts. Geradeaus durch. Das wackelt nicht. Das wackelt nicht. Okay, ganz links schon mal nicht. Aber was signalisiert sich das Wackelt? Ja. Der mittlere Punkt. Der mittlere links. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Das ist bohnenlos, Digga. Ich bin rausgefallen. Oh mein Gott. 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 Schade. Wer ist noch weiter arm und ist raus? Scheiße. Ja, ja, Bruder. Ich bin zweimal von dieser scheiß Weiße gefickt worden, Mann. Digga, das sah bei mir aus, als ob du schon im Ziel warst. Aber wie viele Runden sind denn bis ins Finale? Das verstehe ich gerade nicht, Digga. Angeblich Top 3, das Finale. Was? Boah. Das ist so heavy, Digga. Ich weiß nicht, ob stimmt. Ich weiß nicht, ob stimmt. Das hat hier jemand reingeschrieben. Boah, schlau sogar mit den gelben noch mit. Wie heißt du denn, Rohrat? Unicorn. Orange. Orange Unicorn. Okay, gut. Ramon Orange. Danach geht's am Strand. Oh, die Bücher aus. Ich komm mit. Monteliccio. Boah, ich glaub ihr beide grieft euch und Kamo gewinnt dann. Ja. Kann man's ganz schön. Vielleicht kannst du ein bisschen weiter rechts? Er ist gleich raus. Der ist eigentlich Jakob. Keine Ahnung. Der ist raus, der ist raus. 1 gegen 1 gegen Kamo. Okay, 1 gegen 1 Kamo. Mach dein Ding, sei nicht zu grieby. Ich wär gleich auch mächtig. Nein, 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 du bist gut. Ich kann das nicht. Heute Abend ein Jibbit. Ich kann das nicht. Oh mein Gott. Sehr schön. Oh, das stimmt. Sehr schön. Er hat Stress. Er hat's gepackt. Er hat's gepackt. Er hat's gepackt. Aber er hat nicht mehr so viel Platz für sich. Er ist raus, er ist raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jawohl. 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 Ich bin den Chef wie Rohan jetzt, Alter. Das geht nicht so gut. 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 Geil. Rohan hat jetzt 5 Punkte. Auf ne gute Runde, Jungs. Oh mein Gott. Aber ich kann nicht mit Namen. Das ist so un... Nee, das fühl ich jetzt auch nicht, Digga. Muss ich gestehen. Oh, fuck. Nicht gut. Oh Gott. Das war nicht gut. Boah, das war glücklich. Boah, das war glücklich. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich bin... Ich bin angespannt. Boah, ich bin raus. Ich hab Stress. Ich hab riesen Stress dran. Ich bin raus. Ich bin, glaub ich, raus. Oh mein Gott. Ich bin raus. Push du das. Ich bin raus, Jungs. Oh mein Gott. Fuck. Oh, ich bin durch. Ich bin raus. Oh, ist das richtig gut. Ich bin dran. Ich bin raus. Ich bin raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ganz wichtig, Jungs. Wer ist raus von uns? Ich. Die Anfangsspiele sind sogar mit am schwierigsten. Das haben wir noch nie gemacht. Das war das erste Mal bei diesem Spiel. Ja, ja. Och nee, das wird so ein Haufen. Oh ja. Ich hab kurz den Namen weggemacht. Ja, wir dürfen wegmachen. Ach so. Du musst viel Glück bei mir. Leck die ganze Scheiße. Vielleicht muss ich frühzeitig aus dem Turnier gehen, ne? Das ist bestimmt nicht zu viel. Sometimes you lose, sometimes you win. Ja, ja, ja. Bravo. Alles gut, alles gut. Übers Eis. Links, rechts übers Eis. Ja, 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 ja. Ich hab Stress. Ich bin auf der 3. Eine reife, leckere Banane. Nein, ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Nein, mein Gott. Ich sag mal, ich mach weiter. Hier bin ich noch nie längst gegangen. Hier, Mr. Fistapo, komm rechts. Nein, Bruder. Ich hab hier Fehler gemacht gerade. Boah. Digga, man hat aber leichter, wenn man weiterkommt. Oh Gott. Und dann einfach nichts falsch machen. So wirklich. Ich hab den einfach Fehler gemacht. Ich bin raus. Ja, ja. Ich hab einen Fehler gemacht. Scheiße. Drei Leute von den Top 5 sind wir einfach. In welcher Platz bin ich? Du bist dabei. Du bist dabei. Du bist dabei einfach. Diggi, oder nicht? Ja, du bist neunter. Mhm. Habe ich ne Platzierung? Okay, gut. Du bist dabei, Abu, wie ich. Okay. Und ich spawn ganz vorne, das ist gut. Fuck. Was? Ich geh voll gerne. Let's go, komm. Boah, ich war gar nicht da. Oh ja, das ist richtig gut. Ich krieg dir immer raus, ne? Ich krieg dir immer raus. Digger, mich hält jemand fest direkt. Public flieg ich immer raus. Digger, was ist das denn, Alter? Ja. Ja. Welcher Wichser ist das gewesen, Alter? Nein. Nein. Ja, ist mir auch untergefallen. Ach Digger. Ach Digger. Ach Digger. Man muss da auf die Mitte gehen. Das ist auf jeden Fall schnell. Ja, hier. Diese Dinger ficken mich jedes Mal. Ja, Jungs. Jetzt weiter, so clean! Richtig. Kommt, Juri. Ihr habt das. Auf der 10. Watschappis, Watschappis. Gemacht, gesagt, getan. So. Digger, was macht die Alte da? Oh Mann! Ach so, sorry. Digger, habt ihr gesehen? Digger ist ein Freestyle mit dem Karussell gefahren, Digger. Digger. Das Alte nehme ich natürlich zurück. Die hätte den Klüt grad sehen, was von hier. Oh Digger. Ja Jungs, wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Abo. Schleimel. Da gebe ich mich zufrieden damit. Oh, Jungs. Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Let's game. Ja. Ja, super Digger. Perfekt. Bring doch. Steh hoch. Nein, ich habe es nicht geschafft. Nein, ich habe es nicht geschafft. Schock, 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 schock. Das ist nicht schlimm. Oh mein Gott, das war schlimm. Oh mein Gott, das war schlimm. Oh Gott. Ach Mann ey, es sieht schlecht aus für mich, Jungs. Jetzt für die Sekunde. Oh mein Gott, ich bin raus, glaube ich. Ja, ich auch. Hier geht gar nichts gerade. Zu viele Leute auf einem Platz. Du wollt. Digger, du! Sohn. Ein Prozent. Haps. Ach, ach, ach. Ich glaube wir schaffen das. Nein, nein, ich nicht. Ihr habt noch genug Zeit. Ich bin raus, ich bin raus, glaube ich. Sehr gut. Ich sehe hier sehr viele siebzig Prozent. Digger, geh hoch. 33. Ne, ne da. Was passiert hier? Ach, buuuu. Digger, tote Menschen reden nicht. Sei ruhig. Ich bin raus. Oh, schau. Ich bin 98 Prozent. Ey, aber das ist bodenlos. Ja, ja. Ich bin raus. Was? Ich habe 91 Prozent, Digger. Digger, das war ganz bodenlos. Zweimal den Sprung verkackt, Digger, weil zu viele auf eine Stelle springen wollten. Ganz beschissen gerade. Micky ist Erster. Micky und ich punktgleich mit 8 Punkten. Erster, Zweiter. Rohan, Dritter. Erster, Zweiter, Dritter sind wir. Dann kommt Yushi Lifestyle hier. Pain 5. Let's go. Let's go, Jungs, kommt. Ja, kommt. Scheiße. Der richtige Weg, Digger, ist das Ziel. Konzentration hochhalten. Der richtige Weg ist das Ziel. Aber das ist echt ein Dreck. Ich bin ganz vorne, Digger. Nicht die Wippen. Die Wippen können so brechen. Wenn die Leute es nicht verstehen, seid ihr vorne oder hinten? Die Mitte. Muss man in die Mitte laufen oder auf die Seite? Am besten. Lauf mit der Gruppe. Lauf mit der Gruppe. Wow. Nicht mit der Gruppe, Willi, eigentlich. Ja, aber du weißt ja, wenn die andere es nicht verstehen. Ich versuche links rüber zu gehen, jetzt. Jetzt hier rechts. Hier ist alles frei. Verdammt, Digger. Das war... Digger. Aber du bist bei mir, ne? Ja, ich wollte den Five hat machen. Links lang gehen. Micky ist auch neben mir. Okay. Das läuft gut. Ja. Ich muss leider ausrasten. Es tut mir leid. Links oder nicht? Raus. Weitermachen, Jungs. Weitermachen. Es ist zu Ende, wenn das Spiel sagt. Ja. Ja. Jeder kann das Eli sehr schön sehen. Ey, wie clean, Digger. 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 Oh mein Gott. Es hat er... Das zeigt, glaube ich. Abo, du schaffst das. Du schaffst das noch, Digger. Abo. Rechts, 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 rechts. Schaffst du, schaffst du. Spring. Sauber, schaffst du. Das schaffst du, Abo. Rein mit dir. Sofort rein. Sehr schön, Abo. Nice, Abo. Das erste Mal. Genau so. 500, bleib still, weil er dumm ist. Nein. So. Weitermachen. Das war die Motivation, warum ich es geschafft habe. Bist du drin, Abo? Ja, ja. Ich bin Chili da am Ende. Mach Röckchen hoch, Digger. Oh, das Spiel, Digger. Ist ganz gefährlich. Oh mein Gott. Es fliegen so viele... Es kann sein, dass so viele jetzt rauskommen. Ja, ja. Ich glaube, es kommen viele weiter, weil es alle Schwitzer sind. Das ist scheiße. Mega, das Spiel. Super. Langsam und bedacht. Du musst aber trotzdem schnell sein. Ja. Ja. Ich mach jetzt ruhig. Oh Gott. Die Lava kommt schon. Ja, ja. Die Lava. Boah. Ich mach jetzt ruhig. Oh Gott. Ich mach hier ruhig. Oh mein Gott, Digger. Fettsack-Modus. Mach dir ja scheiß drauf. Ich bin so flink auf dem Weg. Macht euch keine Sorgen. Vorne fallen viele runter. Bring doch. Ich mach ruhig. Ganz wichtig. Hm. Hier immer ganz rechts. Äh. Konzentration. Ja. Du hast gutes Mittelfeld. Keine Sorgen. Ganz wichtig. Ich bin durch. Kommt Jungs. Auch durch. Geil. Am besten weiter. Hier bei dem letzten. Ah. Oh mein Gott, Eli. Bist du raus, Eli? Nein, nein, nein. Du schaffst es noch. Du schaffst es noch. Komm. Amt recht. Ich kannte, also ich kenne die Variante schon vom Spiel, aber mit diesem Bällchen kannte ich die nicht. Ich wusste nicht, dass es die ganz Rechtsvariante gibt. Gebrochen, Digger. Ihr holt das. Ihr holt das. Ihr seid besser. Zwei Gegner. Krass, Digger. Das war sehr krass. Welches Finale kommt, Digger? Mal gucken. Finale. Gib uns Finale. Nicht noch ein Spiel, bitte. Finale. Finale. Komm. Rohat, Bruder. Da bist du Weltmeister. Du musst die Titel verteidigen. Dann schauen wir jetzt erstens Rohat zu. Rohat, die letzte Runde. Mach dir, Jungs. Mach dir, Jungs. Sehr gut, Rohat. Choki, sehr lade. Ich brauche einen Meter. Er kann das Spiel, glaube ich nicht. Er ist neu. Nee, er ist nicht so gut in dem Game, glaube ich. Ja. Doch, er hat viele Challenges auch gemacht, Digger. Ich glaube, er ist nicht schlecht. Am Ende hat einer gewonnen, der sich rechts so ein Abteil abgeschnitten hat. Vergesst das nicht. Nein, nein, ist nicht so. Weitenberg. Nein? Nein. Gerade am Anfang ist das scheißegal, Digger. Krieg ich jetzt schon Nasenbluten? Mach dein Ding, mach dein Ding. Probier immer vorne zu bleiben, auch wenn du das Gefühl hast, du fliegst runter. Guck mal, Erne hat jetzt schon Stress. Erne hat jetzt schon Stress hinten. Er springt die ganze Zeit. Erne wird choken. Du hast ganz viel Blaues noch. Ja. Ja, 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 ja. Rechts neben dir ist auch Blau. Ah, ich weiß, aber Erne klaut das gerade. Mhm, mhm. Aber du bist weit vor ihm. Du bist weit vor ihm, dass du Bescheid weißt. Puh, Jungs, kommt. Ja, ja, genau. Du bist sehr schützig. Du bist weit vor ihm. Erne hat Nasenbluten, merkt man sofort. Warte mal. Nicht so viel, nicht so viel Springsteen. Ein Leerwechsel ist immer so eklig, weil manchmal packt man da oben. Ja, schon. Jetzt wird spannend, Jungs. Ich schau für dich. Ja, ja, ja. Erne geht jetzt rechts rüber. Rechts rüber zum Miki. Sidney, bei dir sind zwei Stück. Okay. Aber Sid, du bist hier jetzt alleine auf der Seite. Was machst du Erne für ein Freestyle, Digga? Jetzt bist du mit Rohrat. Ja, nicht gegenseitig. Ich blöse nach rechts, Rohrat. Ja. Warte, hinter mir ist einer. Ich versuch. Ja, ich schau, wer das ist. Ich schau, wer das ist. Das ist Erne. Das ist Erne. Oh, ich schau. Das ist Erne. Ich bin auf eine Kante gesprungen und hingefallen. Egal. Okay, Rohrat, du bist jetzt das Zug. Fährt noch mit. Miki. Miki ist auch noch am Start. Rechts ist gefährlich. Erne fährt ein Dreckspiel, Digga. Erne ist draußen. Sehr schön. Apokalypto in Erste ist der Einzige noch. Ja, ja, ja. Eins gegen eins, Rohrat. Nee, noch nicht, noch nicht. Ah, okay. Miki ist auch noch da. Ja, ja, Miki ist auch noch da. Aber Rohrat, du bist alleine. Du bist alleine. Bleib auf deiner Seite, Rohrat, erstmal. Du kannst nach links sogar gehen. Jetzt musst du rüber. Nessie versucht sich zu ficken. Miki ist alleine rechts. Ja, ja, ja. Aber Miki hat nicht mehr so viel. Bei denen ist noch Geld. Sehr gut, Rohrat. Oh, links außen ist aber viel. Links außen ist noch viel, ja. Nessie hat eine Ruhe-Stelle gerade gefunden. Oh, Miki, Miki kann nicht mehr lange. Miki ist raus. Eins gegen eins, Rohrat. Geh links rüber zu ihm. Bei ihm ist chillig. Nein, 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 nein. Oder konzentrier dich auf dich. Ich hab die komplette Mitte, Jungs. Bleib da, bleib da. Bleib da, bleib da. Er versucht dich zu ficken, pass auf. Konzentrier dich auf dich. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nessie bleibt auf seiner Seite jetzt. Nessie bleibt auf seiner Seite jetzt. Nessie bleibt auf seiner Seite jetzt. Rechts ist gebumst, rechts ist gebumst. Bleib links. Bravo. Bravo Maschine. Nein, nein, geht. Da ist noch ein bisschen rechtsseite bei ihm. Ganz links ist Platz. Wenn du schaffst. Mach ruhig, konzentrier dich nur auf dich. Ein Spielrohr. Nessie kommt. Ja, okay. Jetzt wird's ehrenlos. Boah. 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 Nessie ist raus. Erohrat. Unser Mann im Team. Boah. 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 Ich hab das gern studiert. Sehr schön. Weltmeistertitel verteiligt, Digga. Super gemacht, Digga. Super gemacht, Digga. Wir von so zehnmal haben wir gewonnen, weil die anderen scheiße sind. Clap in den Chat, Digga. Das ist so krank. Wie geht los, Jungs? Let's go. Oh nein. Let's go. Wieder die Wippen. Oh, ich bin vorne, schön. Boah, der Spawn ist respektlos. Ich bin letzter. Ich bin hinten ganz rechts, Bro. Ich hinten ganz links, Bro. No cap. Boah. Ich hab wieder Stress. Ich bin ganz alleine links. Oh, schön. Wir sind alle rechts. Nee, ich bin links. Ich bin der einzige links. Das ist so schön. Ja, ich weiß. Es ist so schön hier links. Oh, jetzt aufpassen. Ich komme zu dir, Sidney. Mach das. Was, Digga? Geht doch ein Stück weiter rechts, Mann. Digga. Komm schon. Sehr gut, Eli. Ich glaube, ich bin mit dir. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin wieder runter. Oh, der wird eklisch, der wird sehr eklisch. Oh Mann. Ich bin raus, ich bin raus. Ich bin raus. Chill, 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 chill. Vorhin haben wir das auch gesagt und am Ende waren so wenige. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Oh mein Gott. Ich bin auf der Eins. Ich bin auf der Eins. Ich bin auf der Eins. Wir müssen ruhig marschieren. Hundebengel, ihr hässlichen Bastarde, Junge. Bah, bah, seid ihr Hundesöhne. Heilige Scheiße. Ihr hässlichen Hunde. Oh mein Gott, Alter. Oh, ich wünsche ich wirklich das Schlimmste. Alles entspannt. Das entspanntste Wirken aller Zeiten. Bist du aus der ersten Reihe gestartet? Ich bin ganz letzter. Ich bin raus. Ich hab Baselut. Einfach der Spawn entscheidet alles. Ist abgelehnt, Rohat. Ist einfach abgelehnt, okay? Hey, bitte, denk doch mal mit, ihr Vollidioten. Du hast ein Comeback. Hilfe. Ein Abo, du bist ein Vollidiot. Oh, du bist ein Vollidiot. Oh, du bist ein Vollidiot. Oh, du bist ein Vollidiot. Ich bin raus. Oh, ist gut. Digga, es ist so schlimm. Man kann nicht. Ich schwöre, das ist das Schlimmste. Ja, ja, ja. Also wenn man da erstmal im Loch ist und wenn da erstmal die Witten links sind, rechts und rechts, dann bist du auch im Bruch, Digga. Geht nichts mehr. Oh, geiles Geld. Okay, das können wir. Das können wir. Ganz kurz, Jungs. Ganz kurz. Wenn man hochgeht, diese Fäuste, die kommt, da dürft ihr nicht gierig sein. Nein, nein, nein. Immer warten. Ein Treffer warten. Ganz entspannt. Lauf sie die, lauf sie die. Aua. Nicht so cool. Okay, I like this. Das mag ich nicht so. Das mag ich auch nicht so. Richtig. Höhen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Fettfinger rein. Das Spiel habe ich studiert, Chat. Micky entspannt, entspannt. Das Spiel habe ich studiert. Micky, wir sind so weit vorne, Digga, im Gegensatz zu anderen. Guter Mati, raus. Guter Mati, raus. Guter Mati, raus. Guter Mati, raus. Ich war zu fyrisch. Oh, ich seh die. Ganz ruhig. Das kann ich. Das kann ich. Das Spiel, Chat. Durch, 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 durch. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Schöne Sache. In dem Spiel habe ich meinen Bachelor gemacht hier. Alles ganz entspannt. Ganz entspannt. Aber mit einer Souveränität, Digga. Mit einer Souveränität. Micky. Digga, wir haben die Fäste besser. Hey! Digga, du H***er Sohn. Wer bist du? Digga, merke ich mir. Den wäre ich bei Twitch-Man, Kapi. Das glaube ich nicht, weil ich einmal gefehlt habe. Wer war das? Ein scheiß Mal. Das war Sidney und Micky. Mach doch auf damit. Micky, du Mixer. Nee, hast du noch einen Haftbluten gehabt? Von hinten kam voll die Lawine von Menschen, Digga. Ein Fail, aber nur ein Fail. Oh, eh. Oh nein. Jetzt schon. Oh Gott. Respektloses Spiel. Ich hasse es auch, ja. Neun fliegen raus, glaube ich. Wir waren 24. Eli, du bist auch raus, ne? Digga, wer ist denn du die Sais? Dietrichs, du Schwan! Dietrichs hat uns beim Wichsen zugeschaut. Nee, Digga. Dietrichs. Nein, die laufen nicht. Bist du raus, Ward? Sid, du bist safe. Also du bist genau im Soll. Genau im Soll. Genau im Soll. Du bist ein Penis. Offiziell. Offiziell. Du bist genau drinnen. Jetzt musst du Meter machen. Ja, ja. Alles gut. Ja, ich kann nichts machen. Ich bin raus. Oh, stark. Die Tricks. Die Tricks. Ganz letzter, Digga. Die Tricks. Hey, wo ist dein Twitch-Kanal? Ich mach ihn jetzt auf den Bastard. Hat er dich festgehalten, oder was? Ich denke, er hat den kompletten Bruch gegeben. Der Penis ist nicht mal online. Oh. Oh, was ist das? Ach so, das schon wieder. Die Spawn-Position ist auch entscheidend. Ich hab mich schon gut. Okay, ihr macht das aber. Komm. Los. Sorry, schreibt der. Wo ist der kürzeste Weg? Wie läuft's hier? Gut. Jetzt ist gut. Du bist ja beim kürzesten. Sidney, Monte und Miki. Du bist ja im guten Weg. Sidney. Okay. Lauf, stell auf, Junge. Ja, ich bin raus. Einer hab ich festgehalten. Welcher? Oh ja. Die Tricks. Jungs, ein bisschen Ruhe. Anspannung. Let's move tonight. Lauf ihn hinterher am besten, Monte. Naja, ich kenn den Weg. Aber ist gut. Geh nach links. Schöööööön. Hey, schön. Super, super. Fürstin! Ne, auf der 2. Super ihr 2. Super ihr 2. So clean, so clean. Ohne Fehler. Jungs, ihr müsst nächste Runde holen, weil dann gibt's erst Punkte. Muss mal ein Kuchen überhaupt stehen? Miki ist raus. 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 Du kannst wichtige Punkte machen. Naja. Wir haben nur noch 2. Mich und Monte. Monte kommt. Ja, schau mir. mal schauen wir mal welches ganz am 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 ich bin ganz am anfang ausgefallen bei diesem drehteil das kannst du das kannst du das kannst wenn also wenn monte jetzt hey was ist das wenn man das ist mit früchten die schießen auch glaube ich ja ich kenne es nicht schritt machen früchten gucken jungs damit die direkt ausweichen können genauso die politik genau die politik das schlau ja ja das nächste ding aus der stress jetzt habt ihr schon mal safe punkt jetzt hab ich immer ein selben punkt irgendjemand hält monte fest ja keine ahnung wer es war das aber auch am ende des tages erstmal egal hier hast du schutz hier hast du schutz hier hast du schutz auf jeden fall in den top 10 beide jungs ist noch einmal schutz sehr gut und es sind sehr schön hier ist schutz mitte einmal hier um die schutz schön hier ist schutz beide gut ja sehr stabil alles gut sie du bist fein du bist fein können welche rausfliegen bitte ich sag dir wo schutz kommt rechts rechts ganz rechts muss einmal wechseln und kannst wieder ein vorsicht das noch mal hier ist der ist super mutter super sind wieder schutz Ja, stell dich. Wo? Nein! Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Oh mein Gott! Hä? Was hast du gemacht? Ich hab viel gedrückt aus Versehen. Ich wollte nach rechts hinter die Dings hechten, weil die Früchte kamen. Wichtig. Ja, win, Bruder. Wir wollen den Ziel nicht so hochstecken, Digga. Der Druck auf den Schultern wird schwerer. Wenn du im Finale bist, willst du das auch gewinnen. Ja, das schon. Das Spiel kann ich. Das kenne ich noch gar nicht. Das Spiel kenne ich gut. Spawn ist okay. Ich kenn den Weg. Lass ihn du, lass ihn du. Immer oben drauf bleiben, ist wichtig. Ich hab meine Spezialpolitik. Ich hab meinen Weg, hab ich doch gesagt. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Aha. Monte wieder jung. Alles gut. Die Frage ist, wie viele nehmen die Mitte? Das ist die alles entscheidende Frage. Wie willst du? Ja, ja. Warte, 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 das sieht schlecht aus. Einmal. Jetzt auch keiner mehr kommt. Doch, 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 doch. Oh mein Gott. Es ist halt die Mitte. Die Mitte hab ich noch nie genommen, Digga. Keiner von uns im Finale. Aber trotzdem Punkte geholt, das ist trotzdem wichtig gewesen. Schade, Digga. So close, ja. Egal. Okay, es geht los, Jungs. Gleich hoch, komm. Kein Spielmonte. Ja. Hier oben bleiben, oder was? Also oben, Mitte habt ihr gesagt, ne? Oh, es geht direkt los. Es geht los. Es geht los, ja, ja. Oh. Versucht immer oben zu bleiben, immer oben. Aber das Ding ist, hier sind so viele... Äh, ja. Digga. In der Mitte wieder hochgehen. Ja, und wieder. Digga. Okay, ich bin gefreut. Du musst das Gas geben. Guck mal, guck mal, guck mal. Es ist das... Komm, 40 weiter, Digga. Bitte, bitte. Oh mein Gott, ey. Ich hab die ganze Zeit geschubst, das ist so insane. Komm, 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 komm. Ich glaub, ich schaff's nicht. Hauptsache weiter, komm. Bitte, bitte. Die Mitte ist so OP am Ende. Fuck. Bitte. Durch, durch, durch. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Und ich hab's... Oh mein Gott, jetzt, Mann! Das erste Mal in der zweite Runde. Ich bin schon letzter. Boah, oder ich bin letzter gewesen. Boah, fuck, Mann. War ich ganz warm, das war's. Ey, wie geil ist es krank? Keine Antwort, aber... Die war... Ah. Ja. Boah, wow. Stuart, Nico, Tomo, Marcel, dein... Oh nein, Digga. Ey, das kann aber... Das kann entscheidend sein. Nein. Das ist das letzte Dretz-Game, Digga. Es steht bei mir 2 zu 0 für den Master, ne? Ich hab's noch nie geschafft. Das wird random. Da darf es doch nicht helfen, gleich. Mit Windkanälen auch noch, Digga. Ist ja bodenlos. 77-30. Mit Windkanälen ist es das schwerste Spiel... Ich bin sofort raus, Digga. Das ist so ein Scheißspiel, Bruder. Guckt's euch an, Digga. Guck mal, wie viele Leute da rauskriegen, bitte. So ein Drecks-Game, Digga. Jetzt im Finale. Oh, geiles Finale, Jungs. Ich kann das Game nicht. Das kannst du mal. Das kannst du 100 Prozent. Und haltet Abstand von Tommi, der wird abfacken. Das weiß ich jetzt schon. Ohmet im Finale. Tommi ist direkt draußen, Digga. Was? Der hat Karma kassiert. Was war das denn, Digga? Der wird dir gefallen. Ich spiel gegen Chef Strobel und gegen Ohmet. Was hat Tommi gerade gemacht? Keine Ahnung, ich weiß nicht was. Kann Disconnect sein, Digga. Kann Disconnect sein, ja. Digga, der wird gerade zuhause bestimmt. Hat sein Vater oder sein Vater... Sein Vater hat bestimmt Fortnite gerade gestartet, Digga. Ohmet ist im Finale. Ich guck mir das so an. Der hat jetzt zwei Punkte save auf jeden Fall. Ich kann mir richtig vorstellen, wie seine Augen so weit offen sind. Ich schau jetzt zu, ihr schlicht. So Freunde, 222 in den Chat für 220 Euro Paperguthaben, was direkt auf euer Konto kommt heute noch. Einfach die 222 in den Chat. Und kleiner Hinweis nochmal in eigener Sache ganz kurz, falls ihr noch nicht euer Amazon Prime benutzt, beziehungsweise Amazon Prime habt, ihr könnt euer Twitch-Konto mit Amazon Prime verknüpfen und ein Streamer eurer Wahl jeden Monat kostenfrei subscriben. Ich löse gleich noch meine Subs ein, die ich euch schulde. Das machen wir aber nach dem Finale. Die halten mich beide fest, Digga, ihr kleinen Schwänze. Chef Strobe hat Stress. Er macht Stress. Ich schab Reimbau mit. Ich lenke ihn ab. Jungs, lass doch nicht ablenken. Scheiß auf den. Der ist kacke. In jedem Spiel. Der läuft rum wie ein Stück Falschgeld. Ist er ja auch. Der hat noch die Boxhandschuhe an. Der hat noch einen Trauma, wo er auf die Fresse bekommen hat. Die müssen am Ende springen, obwohl das noch nicht da ist. Habt ihr das auf dem Schirm. Ja. Das macht ihr Jungs ganz easy. Oh, mit raus. Jetzt ist es nur noch ein reines Teamspiel hier. Oh, Chef macht. Ja, ja. Chef Strobe. Chef werde ich gleich ficken. Lass sie nicht auf die Spiegel drauf ein. Karma wird siegen, Jungs. Karma wird siegen, Vertrau. Sehr gut, sehr gut, ihr zwei. Besser, Roat. Digga, warum hält der Festmann? Besser, besser. Mach dein Ding. Lass sie dich ablenken, Roat. Der ist scheiße. Du bist viel besser. Roat, versuch du, er siegt und Micky. Micky lenkt ihm bestimmt schon ab. Ganz recht. Super, ihr zwei. Weiter machen. Lass sie nicht drauf ein, Bruder. Lass sie nicht drauf ein, das bringt nichts. Der ist schlecht. Zieh durch, fang durch. Jetzt fängt gleich diese Sprungphase an, Jungs. Auch wenn ihr es nicht seht, müsst ihr springen. Ich glaube, das ist jetzt geil. Lass sie nicht drauf ein, Jungs. Mach dir die Ruhe. Sehr gut, Roat. Komm, Steff, fall ins Wasser, Digga. Sehr gut, Roat. Team Dominanz. Super. Hä, wir vercrashed? Boah, du musst! Boah! Oh mein Gott. Meta, Meta! Boah, du musst! Nicht springen, nicht springen! Yes, Bro! Oh mein Gott! Was machst du? Mach dir, Jungs. Mach dir! Digga, helfe! Okay. Alle nicht schlecht? Ihr kleinen Crack-Raucher, ihr kleinen Schwänzer, Digga. Ja, du brauchst mehr, Roat. Wie vergeekt ist das denn? Oh, wie gut! Der fliegt gleich raus, der Fettsack. Karma wird ihn richten. Karma wird ihn richten. Auf links, auf links! Okay. Jetzt ist hier Meta. Links ist länger, links ist länger. Links ist länger, links. Eins gegen eins, eins gegen eins, eins gegen eins. Du bist jetzt, jetzt bist du die Eins. Team-Dominanz! Drei Wins in sechs Runden. Team-Dominanz! Mach weiter! Du hast instant... Oh! Wichser! Wichser! Oh mein Gott! Nein! Habt ihr das bei mir gesehen? Ich bin kurz, also ich bin rübergelaufen, aber ich war bei mir nicht drin. Ich bin trotzdem raus. Nein! Aber das Chef Strobel, das gewinnt, das juckt mich richtig. Das war ein Finale, wo Chef die ganze Zeit gegrifft hat. Normal facken wir uns da drauf bisschen ab und sagen, du Fettsack oder whatever. So, aber das ist unter uns Freeman. Kleiner Realtalk an der Stelle. Wenn Micheli nämlich in den Arsch fickt, dann ist das ein Obdog. Aber wenn ihr das tut, dann geht das nicht. Digga, da seh ich dich drinnen. Sag ich dir ehrlich so, wie es ist. Ach Digga, ja. Du fiss dich doch, Jujusch! Ich geh unten lang, wieder eins. Jujusch. Aua. Egal, unten lang. Ein weiterer Sprung für die Dose. Bei mir sieht's schlecht aus. Bei mir sieht's... Ey Mann, ich glaub ich geh... Egal. Ich glaub ich sieht's doch nicht schlecht aus. Achso, da ist was gewesen. Hallo. Oh mein Gott, ich bin out of Mapgefühl. Ich bin raus. Ich glaub ich bin raus. Ich glaub ich bin raus. Doch, ich bin raus Digga! Egal. 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 Oh, ich bin auch raus. Bei mir sieht's auch ganz schlecht aus gerade. Aber da muss schon ein Wunder passieren. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Oh, start schon wieder. Nein. Komm, du. Oh, die Gier. Die Gier, die Gier. Nein, Mann! Oh! Bitte, 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 bitte! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab gesehen, wo ich zwischengeflogen bin. Ganz am Ende vor dem Spiel. Einfach zwischendurch. Oh ja. Okay, okay. Komm, 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 komm. Kommt, wir machen das zusammen. Da, äh, Boxern schon. Denkt dran. Ja, ja. Würde ich sein. Keine Gier. Keine Gier. Gier ist eine Todsünde. Ja. Ich hab's hier wirklich. Hm. Keine Gier. Keine Gier. Oh. Oh. Ach, Digga. Ja, Stehball! Der war nicht so schlimm. Der war nicht so schlimm. Oh mein Gott. Doch, Digga. Kommt dir diese Stehball an. Ich hab so viel Pech. Blask. Auf dem ewigen zweiten. Ich hab so viel Pech. Stiff like a board. Ich hab's ganz schlecht. All right. Mann. Ja. Oh mein Gott. Das war ein Rock auch nicht. Bei mir ist es vorbei. Das war big. Du scherz. Du scherz. Nein, nein. Nicht drängeln. Nicht drängeln. Nicht drängeln. Nicht drängeln. Nicht drängeln. Nicht drängeln. Oh mein Gott. Ich könnt's doch. Geh hoch, Digga. Hallo. Ich könnt's doch. Bitte. Micky erster. Ich zweiter. Oh mein Gott. Bitte, 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 bitte. Jawohl, wichtig. Easy Monte. Easy Monte. Hey. Wichtig, ey. Digga. Ich schieb immer so Nasenlutenkotz vom Ziel, Mann. Wie reicht auf dir gespielt? Dichtig, Jungs. Wohl Abo einfach, dass noch was dabei war. Digga, diese Huren. So ein Schneeball hat mich in den Arsch gefickt. Okay, okay, okay. Das Spiel ist bodenlos, Digga. Sind wir ganz ehrlich. Viele werden loslegen. Den Bug zum Start kann ich nicht. Weiß wie der geht hier. Ne. Ne, irgendjemand hier? Ne. Alle gehen nochmal. Lauf doch mal. Digga. 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 Oh mein Gott. Sag Ich hab keine Ahnung, Bruder, so wirklich, was ich festehen. Ich helfe. Du kannst doch rechts hoch! Kann doch rechts hoch, ja, ja. sehr gut ich kann das nicht alles gut lauf normal durch links immer seitenswitschen da kannst du bleiben jetzt musst du spät abspringen stabil warte 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 ist noch ist hier nichts ich hab das noch nie gewonnen wie geht es mit dem wachst du machst du machst du machst du digga so schön sauber sehr stark welcher wichser hat mich da eben festgehalten das war Chef Vogel nein das war Payne der kleine das war Payne es sind nur vier Leute rausgeflogen das war sehr krass sehr krass so eine schweren Scheibe Payne der kleine 1,30er ich hoste dich nie wieder danke Jungs oh nein so ein Rennen im Spiel digga das war so ein Rennen im Spiel ich geh auf Yushi zeig mal zeig mal Eli wollen wir schauen Eli zu Eli du hast du du hast was ich schlau auf Yushi zu gehen weil du dingst weil du kurz vor dir denkst was was langes Eli mach Meter guck mal wie sie mein Schwanz wollen wir den ja 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 ich sehe es aber teile den guck mal warum sie nicht schnell als ich ja ich weiß nicht verteidige was spring 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 ja dann kann er nicht packen ja super Bewegung wie früher spring sehr schön wer ist denn der Pisser da ja hier sind 20 Leute drin ey das kam her du Schwanz Einer ist genau hinter die Mutter jetzt lass mich immer so wegschießen von Sachen sehr gut abnehmen jetzt ist es einer und verteidige was dir gehört verteidige was dir gehört verteidige was dir gehört ich brauche irgendein Auge in meinem Nacken irgendein Auge in meinem Nacken ich schau für dich hier hinter dir ist keiner aber jetzt ist genau genau ganz dicht einer bei dir dran ja Bruder so ein Auge meine ich nicht 30 Sekunden ok Monte bist frei bist frei jetzt kommen sie nein rechts von dir vielleicht umdrehen ja genau so super hau Monte 20 20 wir kommen da easy rein geh lieber raus ja sehr schön ey das ist Monte da oben schwer da oben schwer 4 Sekunden 5 Sekunden 5 Sekunden Monte bis free jetzt kommt er hinter dir Payne ja bis weg bis frei ja ich hab einen Schwanz und ihr nicht ihr Wichser das ist so ein Dreckspiel es ist so ein Dreckspiel es ist so ein Dreckspiel ey raus so ein Dreckspiel das ist so krass Yoshi auch raus Yoshi auch raus Top 10 Wichtig ist noch alles drin Sidney Sidney Mickie und Monte sind drin Mickie oh cool cool ja aber wenn er sieht er ist in einer lockeren Position dann kann er außen gehen wenn er in einer lockeren Position ist dann kannst du außen ohne Fehler warte mal guck mal Digga man Digga jetzt musst du Meter machen Monte ja alles gut alles gut wieso bin ich runtergefallen 3 Fliegen raus 3 Fliegen raus es sind 4 vor die Nummer 4 Stücke 4 Stücke 4 Stücke ja 10 eh niemanden Stärke 4 Stücke 4 Stücke ja 10 eh niemanden Stärke geht nicht geht nicht geht nicht der ist zu weit weg oh geil erster du musst Risiko geben du musst Risiko alles oder nichts yes yes ja doch yes micky durch oh nein schade Digga gg micky Sydney sind wer war der Fettsack der da mich eben geblockt hat digga das war das war der Fehler digga unlucky trotzdem gg in den Chat gg oh jetzt kommt doch zum Finale digga es ist doch zum kotzen es gibt Punkte geil ich schaue ihm zu und mache ihm ein bisschen Druck ich weiß nicht welche Runde ist denn das hier grad siebte ne ja ja die siebte dreierrunden haben wir noch ehlie drei Runden noch Bruder Jungs hier können mehrere gewinnen ihr müsst nur bis zum Ende durchhalten das ist nicht anders nur das ist so schwer ich weiß nicht wie du es geschafft hast ich schaff das jedes Mal bis zum Ende das ist nicht schwer Micky ist dran und Sydney ist dran Sid 1 na schwer wenn es so lange geht bis Zeit abläuft das kann ich nicht also entweder Sidney oder Willi das wäre Sidney oder Micky oder Lululele einer von euch drei muss gewinnen hat Tommi viele Punkte Tommi ist auf jeden Fall auch Top 10 ich glaube 5. oder 6. Platz das ist Finale ne Tommi hälfte hälfte wenn du noch gewinnst hm hm ich glaube ich muss den Dauern mal zurückgeben Digga Sidney ist noch drinne Sidney, Micky und dich oh stark und das Sprung ja du bist nicht mehr drinne ne 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 ist Micky noch drinne ja ja da muss Micky jetzt gewinnen für unsere Gruppe hier muss Micky gewinnen Digga Micky oder Sidney ja aber Sidney hat nur in Anführungszeichen 4 Punkte was hat der erste was kann mir seiner sagen neun Digga dann sind die vier Leute Rohrhorn mit 13 Punkten Micky mit 12 Eli mit 9 Yoshi mit 9 Chef mit 6 Vlesk mit 5 Eldos mit 5 Tommi mit 5 Sidney mit 4 wenn Sidney jetzt gewinnt sind 4 Leute von uns in den Top 5 schwer oh der ist weg ne Vlesk darf nicht gewinnen ne das wäre ein Pick für ihn ja er hat Druck auf die Schulter er merkt das auch er ist nervös gerade ein bisschen er hat Nasenblut wie beim Boxkampf Vlesk griebt am Ende Jungen zweites Vleskate fest Vleskate am Ende fest Micky warum er nicht weil er dann am er kommt dann richtig krass nahe er überholt uns glaube ich sogar nein überholt nicht glaube ich aber es ist schon sehr nah doch ich glaube sogar Punktglash oder überholen mit Rohrharb? ne aber ich glaube Micky obwohl ne 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 der druck auf seinen schultern von der zuschauerschaft war zu groß ich habe die ganze zeit der psychische druck das war entscheidend so jungs wir brauchen euch jetzt es ist wirklich einfacher wenn schneller ist das ding wenn es geht vorne überspringen wenn ich das trifft dann bist du vielleicht noch drin und was ist super 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 das packt doch immer so wenn mehrere leute gewinnen wäre es so ein bruch ja mann das wäre ein absoluter ablauf oder dass jemand raus der druck war zu zu heftig stimmt rot du hast recht wenn alle gewinnen dass wir werden noch einer draußen zwei sind raus sehr gut sehr gut jetzt 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 bist du dabei jetzt geht's los kamo muss verhandeln kamo muss noch raus das macht ihr gut jungs jungs ihr seid die ruhige person kommt stark so bis noch so eine minute dann habt ihr gewonnen das raus kamo muss so dringend raus sehr schön kamo schieb nach oben ich sehe es auge auf kamo ich glaube ja ich auch alle auge machen bei kamo oh mein gott oh mein gott alles angespannt kamo druck er merkt die augen in seinem nacken die bösen augen nach auge aber ruhig ruhig mit wochen konzentration und so für es und nun das ist so schnell hat dir deine innere uhr ne ungefähr ich war schon öfter in der situation kamo wie kommt er das überleben und alle weiter alle drei weiter sehr 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 Drei von uns haben gewonnen. Drei gewonnen. Top 10, Top 10. Ich spawn ganz vorne, das ist gut. Jetzt nicht PP-Gang. Ach, Meter. Ach, Meter. Ach, Meter. Richtig. Richtig. Jetzt gleich aufpassen. Nicht zu greedy sein. Ich bin durch. Ich auch. Schöne Sache. Schöne Sache. Ich bin durch, Jungs. Wie kann ich wieder letzter sein? Ich verstehe das nicht. Ihr könnt die Dinger auch zum Boost nehmen. Aber seid nicht zu greedy. Durch. Wichtig. Kommt, Jungs, komm, komm. Pascht durch. Durch, durch, durch. Ich will ja niemanden hinsehen. Ewig, Digger. Das ist einfach scheiße. Oh nein. Bitte fallen und spawnen. Wir wissen wie es geht. Ich bin letzter. Letzter an diesen Nutten-Spielen. Ich bin mit Dich. Geht rüber auf die linke Seite, bitte. Geht rüber. Geht rüber. Ja, das passiert. Bitte geht rüber. Okay, das könnte ein Gamechanger sein. Okay. Ja. Dann klärt es mir jetzt mal, Freunde. Oh, oh. Bitte, 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 bitte. Oh, ganz wichtig. Ganz wichtig, Digger. Ganz wichtig. So, jetzt wird es aber eklig. Ja. Bitte nicht Banane. Mann! Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Ist das geklappt? Oh mein Gott. Bitte nicht, bitte nicht. Alle auf gelb, 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 gelb. Bitte, Rosa. Komm runter. Schön, 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 schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert hier? Ihr Leon Wotzen! Komm mal runter. Es ist so schlecht. Ich bin weg. Digga. Ja, ja. Ihr könnt das noch schaffen, Digga. Ja, ja. Es kommen noch 13 weiter. Ich schaff's noch. Ich schaff's noch. Ja, ja. Ich schaff's noch. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Guck's dir an, Digga. Du Fotze. Digga, der Ekliger hat sich festgehalten. Ach, Mann. So ein Spiel. Edi. Edi ist letzter, oder? Ne, vorletzer. Digga, es ist so ein Deck mit beim Spiel. Ja, das ist raus. Digga, ich hasse das Spiel. Ich hasse es raus. Ich flieg immer in diesen Spielen raus. 22.10. Und da ist die Anzeige auch da. Oh, ne, ne. Die Map ist hart. Die Klinge ausgemacht. Schlimm. Was geht's um? Ich glaub, das ist nur ein Ball. Aua. Was denn da ist der? Ne, es sind zwei Bälle. Zwei Bälle. Zwei Bälle. Zwei Bälle. Ich bin im Loch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich seh ich. Oh Gott. Hat er den aufgeschmissen? Bläh? Er hat mich die ganze Zeit festgehalten. Boah, das ist ehrenlos. Oh. Nein. Ich bin raus. Unlucky. Sehr, sehr unlucky. Egal. Luschi ist raus. Gott, bless. Schnell. Lul. Dort, parking, bless. Ist das mal gesehen? Oder die machen ein Auge auf dich, ne? Ja, ja. Überprüf. Guck mal. Weil du am meisten aufhörst. Lul. Ich meine, ich hab wirklich schwumsen. Welcher Penis ist das, Digga? Maluna. Ist kein Penis. Oh. Ja. 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 Oh. Ich weiß gar nicht, wen es hat. Ach. Ja. Mann. Nee. Wo ist Tommy hin? Tommy hier. Tommy ist kaum rausgeflogen. Kamu ist noch drin, Digga. Das ist schlecht. Kamu ist noch gefährlich. Kamu muss raus. Digga, Elders muss auch rausfliegen. Da jeder Penis auf mich raufgegangen ist, Digga. Er darf nur nicht gewinnen. Kamu raus. Du bist aber selber ins Loch gesprungen, hab ich das Gefühl. Ja, Adi. Kamu raus, bitte. Kamu und Elders, oder, Volverin muss gewinnen, sonst haben wir ein Problem, Chat. aber das ist auch das machen aber nicht das ist aber ganz anders du hast du hast du hast du hast den du hast den matchball in die zu geworfen bekommen dann spiel ihn auch vernünftig ich meine ich das ist egal was du meinst das ist das was wir verstehen und alle anderen auch also machen wir das Fenster auf lüfte nochmal und dann ich leih auch mal den Lambo aus auf entspannter Rino viel Glück bis später ich würde gerne mal hören bei Sydney und bei Eli würde sich da ein bisschen was an der Freundschaft tun wenn sie jetzt der eine fünfte und der andere sechste ritt nö der bessere gewinnt aber was ist denn wenn Punkt gleich ist wir sind Supporter ja weiß ich ihn noch nicht gucken wir einfach gleich wir sind Arbeitskollegen wir sind Geschäftskollegen dann gibt es so einen satten Def oder so ehrlich dann gibt es die nächste das nächste Essen die ihr dann halt auch sehen ach so ist das bei euch ach so ok alles entspannt Türenlauf auch schon oft rausgeflogen Chat richtig gar nicht fragen good luck Jungs danke Mama du machst mich fertig ich mach mich selber fertig ich hab mich selber ich hab's was 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 ich hab's ihr müsst euch muten ihr beiden ihr seid bei uns im Discord ihr seid bei uns im Discord ihr seid bei uns im Discord ja nein wir spüren gerade ich würde euch gerne runterziehen aber das scheiße oh mein Gott bitte komm ich bin mir gut fertig nein 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 ich bin doch was Digga ihr seid bei uns im Channel ja wahr hä nein sind wir nicht hä wo sind wir Digga hä nein ihr seid bei uns Monte du bist sogar nachgejoint ja sorry mein Fehler Digga Übrigens Übrigens kleine Hintergrundgeschichte zu Peeble und Eldos Eldos will ihr vom Preis geben Möbel kaufen und deswegen ist Peeble runtergesprungen also nicht wegen Love to Free Digga jetzt kann er doch nicht er kann doch jetzt nicht mit sowas jetzt schon anfangen das war's komplett mit dem Jungs nach der ersten Runde gesagt ey Digga das geht so in die falsche Richtung Möbel kaufen der wird hier Sugar Daddy und deswegen ist Peeble ich dachte erst mal W für Eldos und so dann sagt so mein Chat äh dass Eldos Peeble wie Möbel kaufen will von dem Jungs hä ist das Spiel von wie von real nein konzentration jetzt oh man ja ok ich musste nur aufklären Möbel wenn er das macht lösche ich seine Not das ist krass ja egal naja man.. ich ist komplett ernst dann lösche ich ihn nochmal so geistenskrank ach Fibi, ich kann dir Möbel kaufen Fibi, du hast dir ein neues Bex? Fibi, vielleicht kann ich dein anderes haben vielleicht können wir auch mal zusammenschlafen nein 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 Gräu Kard Schön, ich bin ne schöne Banane gerade, ne gute Bananen, richtig, sehr gut, sehr gut Jungs, richtig, also Möbel, weiß ich auch nicht, aber jetzt mal ernsthaft, sind die so dies, das, oder gar nicht, nein, gar nicht, Bruder, man kann doch nicht schon vorher Geld ein bisschen haben, ja, das ist ja das Verkehrte, oder, oder warte mal, wenn am Ende das Ding auch aufbauen kann, ja, okay, bevor wir ein echtes Date hatten, will er ihr Möbel kaufen, oder was, ja, Digga, er sollte vielleicht mit dem Geld vielleicht mal, keine Ahnung, nach Hamburg auskasten, jetzt muss er sie ausnehmen, indem er einfach das Geld mitnimmt, die 5 Punkte, 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 die 5 Punkte. Große Jungs, danke für die Runden, ja, ich geh jetzt offline, ich gibt noch eine Runde, oder? Ich bin raus Digga, ich halte das nicht mehr raus, meine Schmerzen machen mich kaputt, Digga. Welche Schmerzen? Ich sehe Scheiß Beinschmerzen, ich hab übertrieben, Digga, alles angewollen, meine Oberschenkel. Und gestern? Ja, ich habe eine Besserung, oder? Ich brauche Pferde, weil der gegen mich geschwungen ist. Olivenöl. Naja, aber ich geh morgens zum Arzt, Digga, das ist alles blau und angeschwunden. Oh mein Gott, Digga. Okay, Jungs, danke euch, ja. Eine Besserung, Abo. Jungs, nix so drängeln hier! Da ist ja bodenlos! Digga, die sind alle auf einer Seite. Die sind alle auf einer Seite. Ich muss mich eigentlich trennen von mir. Mane Helfer, ihr drängelt, ihr... Ist sauber, bei mir. Oh mein Gott! Die sind internationalen Modus gerade aktiviert. 15, das geht eigentlich bei mir. Sollte sich ausgehen, Eli. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Oh oh. Ich hab so eine Breitseite bekommen. Oh mein Gott, was hab ich hier gemacht?! Was ist passiert? Ich hab den Topf der Gier gespielt, Chat. Ich hab's schon, Chat. Und fürs Team Gier. Oh mein Gott! Boah, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Boah. Das ist ja schlecht. Nein, der bin ich... Digga, Payne hat ja richtig auf den Kopf drehen, Micky. Hey, guck mal, was machen die denn da? Achso. Richtig, Digga. Okay. Ich hab's abgesehen auf Micky, ne? Er hält ihn vor dem Ende fest. Bitte nicht abschweifen. Nur nicht abschweifen. Jetzt ein Spiel Top-Ten-Punkt mitnehmen. Gutes. Sind die noch alle drin? Yushi ist wieder drinne. Schauen wir mal, welches Spiel kommt, Digi. Ich glaub nicht, dass da alle rausfliegen. Mhm. Okay, sechs fliegen raus. Danach ist Finale, Jungs. Konzentriert euch. Das ist Top-Ten. Nee, nee, danach ist doch kein Finale, Digga. Naja, meinte ich ja Top-Ten, aber Punkt. Ja, Top-Ten. Es werden eh nicht alle rausfliegen, wenn wir ehrlich sind. Ey, du bist Puppen. Also du. Da bist es ja zu vergegen. Na, weil wir mindestens den einen Punkt mitnehmen. Das wird hier sowieso auf Zeit. Einer von uns muss den fünften claimen. Die von hinten werden wieder nachrücken. Warte, wer ist denn hier so? Gibt es hier einen Timer? Ja, das wird auf Zeit hinauslaufen, Digga. Du kleiner Penis, Digga. Yushi ist drin. Und Carmo auch. Die üblichen Verdächtigen, Digga. Das kann nicht sein. Hier wird nicht einer rausfliegen. Das sag ich euch jetzt schon so, wie es ist. Der ist. Der ist. Du jinxst das gerade. Was? Einfach nichts sagen, sonst kriegen wir Shane Karma. Wieso? Das ist doch keine Karma, oder? Das hat den Regalbaufels verstanden. Ich glaube, ich leg gleich Hand an, Digga. Digga, das ist zu viel Information. Bei irgendwen ist es auch sehr sass. Nein, damit ich die runter schmeiße. Hm. Hm. Es ist einfach wirklich nicht mehr rausgeschlagen. Werd auch nicht. Werd auch nicht. Das ist zu leicht, Digga. Mit Früchten, okay. Aber das ist einfach die... Das Spiel kommt normalerweise... Normalerweise, keine Ahnung. So als erstes oder zweites Spiel in der Public Lobby. So als zweites, drittes Spiel kommt es immer, Digga. Ja, ja, das ist... Mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Aber nice so, sonst. Sonst ist nice. Digga, ich krieg nicht einer raus. Was ist los mit euch? Normal nicht, Digga. Aber endet... Wann endet es denn? Demnächst. Weiß nicht. Das wäre auch noch cool, wenn Airborne Timer so eingeblendet werden würde, dass man es auch weiß. Nice! So wie ich gesagt habe. Fünf Minuten Zeitverschwendung, Digga. Das ist doch gut so. Das heißt, jetzt kommt, glaube ich, ein Big-Spiel. Ja, jetzt kommt Wolken-Schleim-Krackster, normale Schleim, Masstörner, Schneeball oder Pinguin. Eins ab. Oder abschweifiert. Ne, abschweifiert nicht. Vielleicht auch irgendein Spiel, was noch gar nicht gekommen ist, ne? Oh Gott! Was ist das? Das habe ich noch nie gespielt, Digga. Ne, ich kann es nicht. Ist das mit zwei Runden? Ne, ich kann das leider nicht. Ach, das Spiel. Okay. Ne, das habe ich noch gespielt. Ich habe es einmal gespielt und dann bin ich rausgeflogen. Zweiten Runde unten. Bin ganz hinten wieder zum Kotzen. Ich weiß nicht, wo man langläuft. Langläuft. Und ich brauche ganz hinten. Perfekt, Digga. Wir sind beide gefickt worden. Ey, ey, ey. Jungs, zwei Runden. Zwei Runden. So, komm. Man muss darauf hoffen, dass die anderen jetzt einen Fehler machen, Digga. Kam muss aber auch hinten. Wir sind alle hinten. Digga, einer hat mich geratet, der vor mir war. Bei mir ist over. Bei mir ist over. Einer hat mich richtig in den Arsch geblieben. Mehr ist es nicht. Digga, Breitenberg, du hast die erste Runde noch nie geschafft. Er sagt zu mir, eine Kurve gut nehmen. Ich habe ihn auch noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Jungs, bisschen Konzentration jetzt. Bei mir ist over, bei mir ist over, bei mir ist over. Hätte ich gehabt, wieso ist er schneller als ich? Inbounding. Oh, er ist gestolpert. Ich bin so eine friedliche Banane am Anfang. Bruder, es ist nur noch Elias drin, ne? Ich bin eine friedliche Banane, Jungs. Ach, die Scheiße. Ach, die Scheiße. Oho. Oho. Digga, zu neunt ist das so eklig. Ne. Das ist gut. Das soll ein bisschen rausziehen. Mach den, Jungs. Das ist egal, wie mein son-Ban. Jawohl. www.jungs-gut-gut-gut-gut-gut-gut-gut-gut-gut-gut-gut-gut-gut-gut-gut-gut-gut-gut. Yuji darf nicht gewinnen. Wo ist er? Ich zieh dich. Auf Pain habe ich auch nicht so Bock. Das sind gute Bälle. Er ist da. Er ist super wenn sich da... Fibi, jetzt mach doch mal was! Ich bin das so schlecht. Guck dir das an Mann. Keiner geht auf ihn. Er wird das Ding holen. Es kommen keine Bälle zu ihm. Nein, nein, nein. Was machen die denn da? Boah. Guter Ball von ihm. Auch guter Ball. Wo werfen der Weiße hin? Das ist Fibi. Das ist Fibi. Fibi hat sich fast selber als Ausgibs. Oh oh, noch drei. Sascha, Fibi und Yuji. Sascha, Fibi und Yuji. Sascha und Yuji sind doch auch Brudis. Ey, das war's. Fibi gegen dich. Oh mein Gott. Wie konnte er das überleben? Bitte springt sie nicht runter. Sie ist auch auf Matt gesprungen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Fibi, du kannst nichts, Mann. Fibi, du bist so scheiße. Ich hoffe, deine Möbel kommt kaputt an. Die letzte Runde, Jungs. Die letzte Runde. The Last Dance. The Last Dance. Kommt nochmal. Geht los. Also Jungs, nur ganz kurz. Falls wir ins Finale kommen, dann ist es ja erlaubt, theoretisch gesehen jemand von uns gewinnt zu lassen. Ja, wenn ich mich verzippt, dann verzippt ich. Ich bin hinten. Ich bin in der Mitte. Dieses Nutten-Spiel. Wenn ich jetzt rauslege, bin ich viermal in Wippen rausgeflogen. Oh oh. Oh oh. Nein. Ich laufe mit der Masse. Weil wenn alle runterfallen, dann fallen alle mit mir runter. Ich bin längst mit Yoshi. Ich laufe mit Yoshi. Ich bin gut dabei. Digga, alleine. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht irgendwie. Ich bin der Erste, Jungs. Ich spazier hier so durch. Rosa muss jetzt mitspielen. Du kannst hier ganz gemütlich einen Schuh machen, Ward. Oh mein Gott. Wir werden hier so gemobbt. Und alle runtergefallen auf der letzten Stufe. Versteht. Es ist so wahnsinnig. Nein, nein. Als Erster durch, komm. Ich bin hinter euch. Ich bin hinter euch. Ja, easy. Ich bin bei dir. Richtig. Zweiter. Let's go. Dritter. Wir sind noch sehr gut dabei. Ganz easy, Bruder. Aber jetzt einen Schuh. Komm, jetzt einen Schuh. Hand in Hand. Ja. Richtig. Das ist GG. Boah. Boah. Richtig. Wir wurden noch im letzten Moment angeeilt. Ja, ich hatte so Angst, ne? So ein Dreckspiel. So ein Dreckspiel. Richtig. Sehr wichtig. Torhunger. Oh, nee. Können wir. Torhunger können wir. Können wir. Können wir. Machen wir. Na, das stimmt. Aber Bruder, ich hab vorhin gesagt, hättest du das Tor gemacht, du hättest dich unsterblich gemacht, wär's man of the match gewesen. Ja, das ist schön. Ich hatte gar keinen Fall. Was war das für ein schlechter Schuss? Ich konnte nicht mehr, Nico. Niko. Jungs. Warte mal. Lass mich kurz konzentrieren. Komm, mach auf die Bude! Als erster! Ich glaub, bei mir wird's äh... Boah, bin cool. Junge, Junge, Junge. Jungs, ich bin auch dabei. Oha. Halla, ich bin auch dabei. Hätt ich glaub ich auch ganz cool gefunden, wenn zumindest bei den Minigames die Top-Drei-Platzierungen einen halben Punkt bekommen hätten oder so. Und jetzt kann so ein scheiß Volleyball- oder Abschweifspiel kommen. Wegen Hälfte. Das wär schon wieder ein richtiger Schicksalsschlag. Bei 25 hätte es nicht kommen können. Das ist easy. Das mit diesem Springen und am Ende, das kriegst du locker hin. Ich hasse Hammer. Boah, wieder so beschissen gespawnt, Digga. Bin gut in der Mitte. Ich bin vorletzte Reihe. Komm, ich bin raus, Jungs. Mach weiter, Monte. Mach weiter, mach weiter. Es gibt noch keinen raus. Holzbein. Holzbein, Bruder. Boah. Oh, die Klappe. Nimm die Klappe. Nimm die Klappe. Geh hinter mir. Aua. Nein. Boah, schaut ganz spielend auf dem Map aus. Was war das? Was war das? Was war's? 19 Quor in sich. Ich glaube, ich bin noch dabei. Ja, schön. Yushi ist aber auf der 1. Yushi ist noch da. Oh mein Gott, ich bin nicht raus. Weil ich geliebt habe, Digga. Oh mein Gott. Weil ich gut bin. Nix ist vorbei. Ich bin über 19. Bist du drinne? Alle drinne hier, oder was? Alle, alle, alle. Ich bin auch noch drin. Roat, wie sieht's bei dir aus? Bin drin. Okay. Jungs, okay. Schlecht nichts drin. Roat, Micky, bei euch ist hier eine ganz wichtige Runde, ne? Ich bin auch noch drin. Okay, ich bin raus. 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 Da habe ich vorhin verkackt, Digga. Oh, ich bin ganz vorne sehr gut. Ich bin schnell. Speed. Was mache ich, Jungs? Ich bin Speed. Ja, und ich bin letzter. Wir sind beide letzter. Ich seh's. TG Chat. Komplett letzter. Digga, ich wurde deswegen gebumst vom Hammer. Weil ich letzter war. Es ist so schlecht. Okay. Was für ein Gedrängel hier, Mann. Oh, bitte, Yoshi, Versage. Das muss stinken, ey. Ey, hört auf! Richtig. Absetzen von der Masse. Oh, mein Gott. Ich hab den Speed mitzupfen. Oh, mein Gott. Oh, oh, oh. Oh, oh. Den muss ich mitnehmen. Was bin ich hier? Mach sie den auf. Ja, ja, ja. Das hält einfach her. Mann. Waaah! Oh, mein Goaaaaaah! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Komm. Nix vorbei. Nix vorbei. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Yushi auf der Eins. Nix vorbei. Jetzt ganz wichtig. Wir sind alle ineinander. Nein. Tellegas ist so zum Kotzen. Wichtig, wichtig, wichtig. Durch ihn, durch ihn, durch ihn. Ich bin durch ihn. Wichtig, wichtig, wichtig. Und nicht wichtig. Oh mein Gott, bitte, 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 bitte. Ja, lasst mich, lasst mich. Jawoll! Nicht mal knapp. Nicht mal knapp. Nicht mal auch Eli, nicht mal ansatzweise. Ich hasse, ich hasse dich. So schlecht. Wenn Yushi jetzt rausfliegt im nächsten Spiel-Chat, bin ich trotzdem noch auf der Eins. Yushi muss jetzt rausfliegen. Er muss jetzt rausfliegen. Der schwitzt um seine Scham. Ist Robert draußen? Er muss jetzt raus, Chat. Dann holst du gleich auf, so oder so. Och Digga, es war nicht mal knapp bei mir. Oh mein Gott, das hab ich noch nie gespielt, Digga. Stell dir mal vor, ich gegen Yushi jetzt. Oh mein Gott, Roat, das wär so krass, ne? Ich hab das noch nie gespielt, Jungs. Das ist Volley... Monte, du musst immer... Da kommt so ein Kreis darunter, musst du immer stehen und dann springen. Das siehst du, der ist dir so weiß angezeigt. Okay. Der ist punktgleich, was? Ich bin gegen Nassim. Ich hab das noch nie gespielt, keine Ahnung. Monte, ich bin gegen Nassim. Oh mein Gott. Ich schau dir zu, immer da runter und gleich kommt er wieder runter und springen. Ey Jungs, ich hab Ruhe in dem Game. Ja, ruhig, ruhig, ruhig. Okay. Ganz kurz, ich muss sagen, Yushi spielt gegen Phoebe. Oh. Was heißt das? Ich weiß es nicht, Digga, das musst du mir sagen. Ich monte mich jetzt. Bist du in den Top 5? Ich bin 6er gerade. Okay, dann lass ich dich gewinnen, ist doch klar. Wie ein Punkt hast du denn? Aber spiel nochmal. Nein, 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 alles gut, alles gut. Ist doch klar. Aber jetzt spiel nochmal. Ja, ja, alles gut, aber du gewinnst. Ja, ja. 1-0, ich bin schön. Läsges auch. Hey, Monte, spiel normal bitte. Nee, boah, hallo, ich kann das nicht, spiel das das erste Mal. Ja, das ist in Ordnung, aber lass ihn ja nicht extra gewinnen. Bruder, vorhin da, hallo? Ja, ich spiel nochmal. Alles gut, machen wir so. Okay, danke. Richtig. BW. Bruder, vergeig auch einen für die Punkte, weißt du, wie ich mein? Nee. Ah, Mann. Bruder, das war wirklich. Ich spiel das wirklich das erste Mal. Ruhe. Ist doch auch schwer. Pst, pst, pst. Digga, Yushi ist so ein Geek-Hilfer. Der hat noch keinen Geek. Zwei nur Yushi. Der macht Eigentor, Mann. Nein, was für Eigentor, Digga, ich konnte nix machen. Ruhe. Jungs, ruhig für Rohat. Und jetzt alle die Daumen drücken für Rohat. Ja, ich wollte jetzt niemanden da auf den Schlimmer treten gerade. Also, falls jemand sich da ein bisschen angegriffen gefühlt. Für mich geht es um nichts mehr. Für, für, äh, für Sydney schon. Und da vorhin das Handeln von Fabi, äh, Fabi, äh, äh, Phoebe. Und Eldor ist auch nicht gehandelt worden. Und jetzt habe ich gedacht, okay. Ich wusste jetzt nicht, dass das nicht so gern gesehen ist. Geht ja um nichts mehr. Also, ich habe gedacht, das wäre, also, gleich mit gleichem. Weil vorhin wurde auch nix gesagt. Also, ich glaube, bei uns auch nix gut. Papi, Alter. Und Marco. Gleich schon langsam. So. Marco im Finale. Vielleicht. Aber davon mal ganz abgesehen, ich hätte so oder so verloren, ja? Okay, es wird Finale sein. Könnte sein. 100% Finale. Es hätte kein Finale. Es ist Finale, glaube ich. Oh, nee, muss nicht sein. Einer kann rauskriegen. Einer kann rauskriegen. Wenn Knall bei ist, dann ist Finale. Nein, nicht die Rolle. Oh, 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 oh. Jungs, Jungs, Jungs. Alle ruhig. Rohrat braucht voll Konzentration. Oh mein Gott, das ist das mit diesem Springen. Nein. Schaut's euch an, Jungs. Das kannst du. Beliefer dich, Rohrat. Loi. Ja. Wie spielt man das denn? Es gibt keine Shreds, Digga. Das ist Fifty-Fifty-Ding. Oh, okay. Du kannst das. Du kannst das. Ich mach die Mitte frei, by the way. Ah, und darf ich sowas callen? Warum nicht? Ich kann einfach sagen, dass die Mitte frei ist, zufällig. Naja, ich bin nicht so hart. Ich hab keinen Bock auf Stress. Schon einfach. Ist ja egal, was ist das denn für ein Spiel, oder? Rohrat, wichtig. Ganz wichtig. Er ist schon runtergefallen. Das machst du ganz easy, Digga. Er ist zwei Stufen unter dir, Rohrat. Mach einen ganz lockeren Schuh, Rohrat. So gut. So gut. So gut, Rohrat. Ganz wichtig. Ganz wichtig, Digga. Ach, hier oben ist Yoshi. Alles gut, alles gut. Yushi kommt jetzt. Man kann nirgends wo landen. Mach ihn den Weg zu. Ja, aber das ist schön. Mach entspannt. Sehr schön, Digga. Ganz ruhig, Rohrat. Er ist runtergefahren. Er ist ganz runtergefahren, Rohrat. Nimm unten schön die Felder für dich. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mein Gott, Sydney. Ey, was ist das denn? Ja, ja. Weiter, weiter. Wart du bist top, 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 top. Wart du bist top, top, top. Choc is it. Du musst jetzt langsam dahin. Was macht denn der da? Alle unten jetzt. Mach ganz ruhig, Digga. Boah, du bist der Einzige da? Du bist der Einzige, du kannst dir... Ich glaube, man kann immer die Seiten wechseln, irgendwie. Ja, mach da. Nein, mach ruhig. So ist gut, so ist gut, so ist gut. Ich glaube, du hast fast die meiste Zeit. Den meisten Platz. Mach ganz ruhig, ganz ruhig. Du hast den meisten Platz. Du hast den meisten Platz. Ganz ruhig. Du machst es. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Machst es, Rohrat! Ich kann! Ja! Ja! Rohrat for the win! Ja! Let's go! Erster Platz, Digga. Unser Jungen aus dem Norden! Mit dem Joint in der Fresse! Ich kann nicht! Und da gibt's auch für den Verwalt für Feuern, Leiter! Clap in den Chat! Clap! No Cap! Clap in den Chat für ihren Bruder Rohrat! Super! 4-2-0 in den Chat! Super! Super, super, super! Gönnen wir das auch später! Ja, ja! Der ist hier auch so stark immer ins Finale gekommen. Schreib ihm direkt, dass du was brauchst! Wir brauchen die... Ja, schreib ihm! Schreib dem Dealer! Du brauchst was! Wirklich! Digga! Die Großbeständung! Geil, Digga! Kuss! Lasst euch gut gehen! Wiederschauen! Rheingau!